Die Statistiken lassen aufhorchen. Jährlich werden Ladungen von annähernd 26.000 Lkw gestohlen. Somit schlagen Diebe im Durchschnitt alle 20 Minuten zu. Ein Großteil auch durch das weiterhin beliebte Planenschlitzen. Krone schafft diesbezüglich Abhilfe. Eine innovative Schutzfunktion leistet die Diebstahlschutzplane von Krone mit dem innenliegenden Drahtnetz. Gegenüber den herkömmlichen Seitenplan wird der Diebstahl somit maßgeblich erschwert. Die Diebstahlschutzplane bietet sowohl außergewöhnliche Leichtläufigkeit als auch einen beständigen Diebstahlschutz bei geringem Mehrgewicht von nur 18 kg. Das Drahtnetz ist in vertikaler und horizontaler Richtung schnittfest und leistet einen zuverlässigen Diebstahlschutz bis zu einer Planenhöhe von 1800 mm. Bei einem Diebstahlversuch ist der Schnitt nur bis zum nächsten Draht möglich. Dies reduziert die Reparaturkosten auf ein Minimum. Ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Seitenplanen. Die Diebstahlschutzplane bietet einen optimalen Schutz und ein sicheres Gefühl auf der Straße.